Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 9.9.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1247. Heute mit den folgenden Themen, ein bisschen Nachwehen, Nachthemen zu der Apple Keynote von gestern und noch ein paar andere Dinge. Strom-Spar-Modus, RCS, Rooming, iCloud, EKG, QR-Rechnung und AVM. Zweitens kommen wir zum Strom-Spar-Modus, der Apple bis und mit der Serie 4 und hoch bis zur Ultra ausliefert. Das heisst, ein Update wird auch für die älteren Modelle kommen und das ist natürlich schön. Das heisst, ihr könnt eure Apple Watch in stromsparenden Modus manövrieren. Wo er dann bis zu 60 Stunden Batterielaufzeit hat. Und da in diesem stromsparenden Modus können zum Beispiel 15 Stunden Training aufgezeichnet werden. Über 600 Display-Aktivierung durch das Anheben des Handgelenks. 35 Minuten App-Nutzung, 3 Minuten Sprechen, 15 Stunden Schlaftracking im Verlauf von den 60 Stunden. Sowie Apple Watch Ultra, also die Nutzung über GPS und Zellular. Ich entscheide mich für die 15 Stunden Schlaf. Ich gehe mal. Genau, wir haben morgen früh. Ich freue mich auf das Update. Wann es kommen wird, irgendwo habe ich es gelesen. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber schon bald. Freut euch also darauf. Weiter geht es mit RCS. Immer wieder. Google unterlässt fast keine Möglichkeit, Apple nicht zu piesacken, indem sie eben dieses RCS, das ist der Nachfolger der SMS, mit Multimedia angereichert. Also quasi der MMS. Und da wollten schon lange die Provider. Die haben es dann versemmelt und aufgegeben. Dann kam aber dann Google mit dazu, hat noch selber was reinprogrammiert und möchte das forcieren. Apple eben nicht. Und was hat Apple, sprich Tim Cook, dem jungen Herrn, der das gefordert hat, gesagt, ja, kauf deiner Mutter, die halt jetzt ein Android hat und keine schönen Bilder schicken kann, ein iPhone. Ziemlich trocken, aber kann man so machen, würde ich mal sagen. Weiter geht es mit dem International Rooming. Wer eine Apple Watch hat und da auch eine E-SIM drin hat, mit der unterwegs ist, der mag das sicherlich, dass er ohne das iPhone auch ins Netz gehen kann, Telefone bekommt und SMSen etc. Podcasts hören kann, logischerweise auch. Doch das funktioniert ja im Ausland nicht. Das ist immer wieder störend bei mir. Zumindest, wenn ich ins Ausland gehe, kann ich natürlich dann nicht die ganzen Funktionen meiner Apple Watch nutzen. Das ändert sich ja mit dem kommenden Update. Apple hat gesagt, dass sie es nachreichen werden. Jetzt weiss man, im Herbst kommt das internationale Rooming mit dazu. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann die Apple Watch auch richtig im Ausland brauchen kann. Obwohl ich das selten ohne Smartphone oder wie. Aber ich will es können. Aus Prinzip fast schon. Dann hat Apple eine iCloud-Fotomediathek. Das ist die Funktion, die sie verspätet ausliefern. Jetzt geht es. Genau. Eines der Highlights in iOS 16 ist das, also im kommenden Update, die gescherte Fotomediathek für die iCloud. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Wir in der Familie machen immer wieder von Ausflügen so kleine Alben und teilen die dann. Und da wird ja deutlich mehr angereicht. Alle können dann mitbearbeiten, kommentieren, Bilder dazuschieben etc. Die Funktion, auf die freue ich mich. Und wir wussten schon von Anfang an, dass das eine oder andere Feature vielleicht ein bisschen länger braucht. Jetzt wissen wir, was länger braucht. Jetzt wissen wir, die iCloud-Fotomediathek wird sich verzögern und kommt wahrscheinlich auch im Herbst an. Man munkelt den Oktober. Wir werden es sehen. Schöne Neuigkeit gibt es für Huawei, Wearable oder besser gesagt Smartwatch-Träger. Huawei hat nämlich die CE-Zertifizierung für die EKG-App erhalten. Die Uhren von Huawei, zumindest die grosse, die GT3 Pro, welche ich euch diesen Sommer vorgestellt habe. Aber auch die Huawei Watch D, die ein sehr spannendes Wearable ist, sind vom Haus aus fähig, EKGs zu machen, aber haben die Freischaltung noch nicht. Und die sollen sie anscheinend jetzt dann bald bekommen. Sprich, das wird nächstens ein Update geben. Und da freue ich mich schon drauf. Dann kann ich nicht nur mit meiner Apple Watch, sondern auch mit meiner Huawei Watch EKGs messen und sehen, was nicht in Ordnung ist mit meinem Herz. Und natürlich, all die anderen Nutzer da draussen können das auch tun. Für alle Schweizer wieder mal eine Neuigkeit. Per Ende diesen Monat, genau gesagt am 30.09., läuft ja der Einzahlungsschein aus. Die rote und der orange, das sagt euch Deutschen und Österreichern wahrscheinlich nicht so viel. In der Schweiz haben wir zwei verschiedene Einzahlungsscheine und die haben ausgedient. Nach vielen, vielen Jahren im Einsatz gehen die jetzt passé. Wir bekommen offiziell QR-Rechnungen, wo das Ganze mit dem Übertragen und Aufnehmen auf dem Computer respektiv in die Smartphone-App. Das vereinfacht sich deutlich. Und somit haben dann auch Apps wie zum Beispiel die von You die Möglichkeit, nicht mehr Einzahlungsscheine in der orange oder roten Version einzulesen. Denn der Button wird verschwinden bei Ende des Monats. Das heisst, ihr könnt nur noch QR-Rechnungen verarbeiten. Das Tolle ist, in der You-App könnt ihr euch das noch mehr erleichtern. Ihr könnt eigentlich einfach eure Rechnungen, die ihr habt, all diese QR-Rechnungen abfotografieren, in der App hochladen und der Rest übernimmt dann You für euch. Also, ihr müsst es ja noch freigeben, aber der restliche Vorgang übernimmt You. Das muss ich mal ausprobieren. Da bin ich schon sehr gespannt. Und die gute letzte Neuigkeit, die ich für euch noch habe, die ist eine, Achtung, Beta-Neuigkeit. Das läuft von mir nur über den linken Router. Lieber Mike, ja, Beta, du weisst aber, das ist nicht das, was über das Podcasten geht. Oder das Bloggen, das ist mein Testnetz. Da drin werde ich das Ganze testen können. Die Fritz App Smart Home für iOS bekommt ein Update. Da ist jetzt nämlich endlich möglich, ein Ausschalten von Routinen für Automatisierungen im Bereich Smart Home Geräte festzulegen, zu gestalten etc. Da freue ich mich schon auf meine Tests darauf. Ihr, liebe Usenden da draussen, die keine Laborversion, also keine Beta-Version, eures Fritz OS gebraucht oder in Einsatz habt, werdet ihr sicherlich in einem der nächsten Updates dann auch mitbekommen. Alle Neuigkeiten und Links zu den genannten Neuigkeiten findet ihr auf daily.gitalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und dann auch ein Wochenende. Und wenn ihr mögt, wir hören uns bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.